Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Siedler gleich mit einer neuen Mission und ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich weitergeht und darum legen wir gleich mal los mit dem obligatorisch vergessenen Ladebildschirm. Ich weiß nicht, warum ich da nie dran denke. Ich weiß es nicht. Aber jetzt geht es erstmal zur Missionsbesprechung. Euer Majestät, es gibt Neuigkeiten von der geheimnisvollen Krankheit, die in Janub umgeht. Ich glaube, es gibt Heilung von dieser Seuche. Doch es steht schlimm um die Hüter des Heilmittels. Dieses Kloster, das dem Orden von Galen angehört, wacht über das Heilmittel gegen die Seuche. Der Rote Prinz hat Crimson Sabbat ausgesandt, um das Kloster und sein Wissen zu vernichten. Sie hat ihr Lager hier errichtet, in den Ruinen von Siddichemis. Das Kloster wird von den Juaha beschützt, doch Crimson Sabbat belagert die Stadt mit ihren riesigen Kriegsmaschinen. Wir müssen hier an dieser Stelle unsere eigene Basis errichten, um die Juaha zu unterstützen und Sabbat zu besiegen. Sollte die Stadt fallen, dann ist das Heilmittel gegen die Seuche für immer verloren. Diese Seuche weckt mein Interesse. Wenn es in den Klöstern eine Antwort gibt, muss ich sie erfahren. Ja, wir sehen, unser Verräter ist auch noch da und tut so, als wäre alles in Ordnung. Crimson Sabbat steckt hinter all dem. Schickt mich los und ich schleife sie in Ketten vor euch. Ja, das wirst du ganz bestimmt tun. Der spielt seine Rolle sehr überzeugend. Ich würde natürlich gern Alandra nehmen, aber ich weiß, dass jemand von euch gern hier... Der rote Prinz greift mein Heimatland an. Lasst mich derjenige sein, der ihn dafür büßen lässt. Genau. Wieder Hakim wollte und dann nehmen wir natürlich auch Hakim und starten die Mission. Dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Auf jeden Fall eine wütende Crimson Sabbat. Die dürfte ziemlich wütend sein. Wir müssen unsere Siedlung aufbauen und mit einer Stadtmauer und einem Tor schützen. Nachdem ich zum Baron befördert worden bin, werden wir stark genug sein, den Einheimischen gegen Crimson Sabbat beizustehen. Ja, immer wollen sie alle befördert werden. Mist, ich habe einen Baum weggemacht. Das ist hier natürlich, wo es so wenig Bäume gibt, sehr, sehr, sehr unpraktisch. So, erstmal eine Jägerhütte. Dann... Ja, wie gesagt... Elefanten! Ach, wie schön! Gut, dann... Machen wir hier unser Holzfäller da rein. Das dürfte ganz gut passen. So. Was brauchen wir noch? Mal kurz überlegen. Ja, Stein bauen wir auch einfach schon mal ab. Das... Äh... Ne, das ist jetzt nicht... Da. Gucken, dass ich irgendwie durchkomme, ohne allzu viele... Naja, gut. Ach, und da haben wir wieder Erdmännchen. Ach, ich finde die ja so gründlich. Und Kakteen. Ich überlege gerade... Die sehen irgendwie nicht aus wie afrikanische Kakteen. Die stehen doch immer so in amerikanischen Wüsten rumrum. Wenn man irgendwie mal in Western guckt oder sowas, dann ist das doch der klassische Wüstenkaktus. Und jetzt kann ich hier meinen Steindingsbums nicht hinbauen. Och, Menno! Nehmen wir es mal hier. Also, falls einer weiß, ob es solche Kakteen auch in Afrika gibt, äh... Sagt Bescheid. Ach, dann... Was? Nö, komm. So. Geht auch. Müssen sie halt so ein kleines Stück laufen, bis sie auf den Weg kommen. Aber das passt schon. Das kriegen die hin. Dann machen wir natürlich Wurstchen. Wurstchen, Wurstchen, Wurstchen. Und... Ach ja, ich habe mich gerade gewundert, dass da irgendwie drei, ähm... Ah, wie heißen die denn? Lilien sind. Also, das sind ja so stilisierte Lilien. Ähm. Und vier ja eigentlich normalerweise mit dem ersten Start, bis ich dann gerafft habe. Ja, das ist das Ziel. Und Zebras! Ich kann eigentlich noch so eine Jägerhütte bauen. So. Mal überlegen, ob ich jetzt nochmal kurz erkunden hier... Ich denke mal schon. Doch, ich glaube, das mache ich einfach mal. Dann Hakim. Aber ich bin irgendwie etwas raus. Ich habe das jetzt natürlich auch die ganze Zeit nicht gespielt, wo keine Folgen kamen. Beziehungsweise sogar schon länger, weil ich die letzte Mission ja in einem Stück durchgemacht habe. Muss ich mich jetzt erstmal wieder reinfinden. Es wird nicht wundern, wenn das hier am Anfang etwas hakelig wirkt. Was haben wir denn? Oh, wir haben Fisch! Wir haben Fisch und... Noch mehr Zebras. Ein trinkendes Zebra! Ach, wie schön! Und ein Weg... Ich gucke mal, ob hier irgendwo Ruinen sind oder irgendwas, wo man was Nützliches rauskriegen könnte. In dem Fall jetzt hier aber... Ah, doch, da! Da, 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 da! Auf geht's, Hakim! Finde einen Weg da hoch. Wo auch immer er langführt. Du wirst ihn finden, ich glaube an dich. Auch wenn ich jetzt irritiert bin, dass du da jetzt links rumreitest, aber du wirst schon wissen, was du tust. Hoffe ich jedenfalls. Er ist schlecht, wenn ich... Also kann ich mir wenigstens die Gebiete hier noch anschauen. Was haben wir denn hier? Okay, das war jetzt zu schnell. Auf jeden Fall irgendwie Kamele oder Dromedare oder andere Leute. Dromedare. Ich kann die ja nicht auseinanderhalten. Was haben wir denn hier? Hallo Nachbarn! Warte mal, ich kann hier Kühe kaufen und Schafe. Und, ähm... Was sagt denn mein fruchtbares Land? Das ist irgendwie etwas mau, das fruchtbare Land. Eigentlich ist das genau da, wo der Wald ist. Was natürlich blöd ist, weil ich den Wald ja brauche. Hm. Das bringt mir leider irgendwie nicht so viel. Oh, da ist eine Eisenbine. Das bringt mir jetzt gerade leider nicht so viel. Ja, ich weiß, ich habe ganz viele Kühe. Verstanden. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Muss ich noch überlegen, ob ich da jetzt einen Wald dann veropfer, um uns da eine... Schafe oder Kühe? Was wäre besser? Eigentlich... Ein Jahr Schafe jetzt... Schafe wären auf jeden Fall gut für den Ruf. Aber wir haben letztes Mal gesehen, dass es mehr guten Ruf bringt, wenn man verschiedene Nahrungsmittel hat. Also wären ja eigentlich auch für den Ruf dann die Kühe besser. So, was haben wir denn hier? Irgendwas Blaues. Blau ist schon mal nicht böse. Ah, Pink! Und sie greifen uns an. Alles klar. Sofort. Pinker Angreifer. Wir gehen mal kurz den Türkisen. Oh, die sind uns sogar freundlich gesonnen. Sie lassen uns rein. Unsere Verbündeten werden angegriffen, wie ihr wünscht. Was ist das denn hier? Ähm, die werden angegriffen. Von? Achso, denen ist vermutlich einfach nur die Mauer flöten gegangen. Okay, ähm, wer ist das denn jetzt hier? Die Diplomatie. Ah, das ist die Juaha. Das ist... Doch, ein Ei, Ei. Was geht denn hier ab? Ähm, stehen die unter Beschuss? Kann das sein? Also hier so katapulttechnisch oder mit dem Tribouchi? Ich sag immer Tribouchi. Ich weiß, dass die hier irgendwie Tribouchi sagen. Das wäre, glaube ich, auch eher richtig. Aber ich hab das irgendwie immer so im Kopf. Also nicht wundern. So. Ah, noch mehr Pinke. Geh weg, Hakim. Hakim. Weg, 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 weg. Lauf weg. Ganz schnell nach Hause. Bei einem Lieber, Hakim. Komm nach Hause. Ich brauche Eisen. Wie komme ich an die Eisenmine? Gar nicht? Sehe ich das jetzt? Ah, doch, da, 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 da. Hakim, komm her. Wir brauchen dieses Gebiet. Wir brauchen dieses Gebiet. Folgendes Tolle ist, wenn ich den Außenposten hier oben hin... Einsätze müssen hier auch erstmal hier vorbei. Ich muss mich einmauern. Hier sind so viele Gegner auf der Karte jetzt schon zu sehen. Lass mir überlegen. Zum Aufsteigen brauche ich noch Kleidung. Ja gut, der ist ja am Produzieren ganz fleißig. Steinbezüttel habe ich dann... Meine Kenntnisse der Architektur reduziieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Das hast du uns schon mal gesagt, lieber Hakim. Ja, ich brauche auch ein paar mehr Siedler. Zehn habe ich jetzt. Das ist Burgausbau. Burgausbau. Burg wird ausgebaut. Will, dass ich jetzt aber nicht an die Ruine rangekommen bin. Naja. Was sagt unser Wildbestand? Der ist ziemlich gut. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, die haben eine Stadtmauer. Die schaffen das schon. Auch wenn ich nicht weiß, warum bei denen... Ich vermute wirklich, dass die unter Beschuss stehen. Da bin ich mir fast sicher. Ach, na super. Wo ist Hakim? Komm her, du. Du kannst Leute bekehren. Also komm her, Hakim, und bekehre. Sei ein fleißiger Bekehrer. Zack. Ja, also das war jetzt natürlich wirklich sehr nützlich, dass Hakim hier ist. Sonst wäre das ein bisschen blöd gewesen. Aber wir haben ja zum Glück zum Start ein bisschen Militär gehabt. Ich werde jetzt aber erstmal gucken. Steinmauer können wir schon bauen. Statttour geht auch. Dann. Ach, wie nett. Das sieht jetzt ja ganz anders aus. So, schön richtig rumbauen. Wie nett. Wie nett. Bis zum Glück.